Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen A Tasty Hike Video. Wir sind umgezogen, wir sind nicht mehr in Fizz, sondern wir sind jetzt in Sams. Das ist gar nicht weit weg von Fizz. Wie weit ungefähr? Halbe Stunde Fahrt. Auf jeden Fall nicht sehr lange zum Fahren und wir sind jetzt umgezogen und sind jetzt hier in Sams im Jägerhof. In das Hotel sind wir auch eingeladen worden und das erkunden wir jetzt mal die nächsten drei Tage. Und ja, jetzt zeigen wir euch erstmal unser Zimmer und dann zeigen wir euch den Rest. Los geht's! Unser Zimmer hier in Sams hat zwei Schlafzimmer. Nummer eins. Nummer zwei. Ein Zimmer hat auf jeden Fall auch noch ein Bett für den Krümel, damit der hier auch schlafen kann. Und wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir mit ihm in einem Schlafzimmer schlafen oder ob wir das andere nehmen und getrennt schlafen. Auch das Badezimmer ist total super. So, jetzt haben wir euch ganz, ganz viel vom Hotel gezeigt. Leider haben wir auch hier kein Glück mit dem Wetter. Nope. Das ist echt schade, aber fürs Wetter kann leider niemand was. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt mal ein bisschen rausgehen und den Ort erkunden und hoffen, dass das Wetter morgen so gut ist, dass wir euch mitnehmen können zu einer Wanderung und auch selber zu einer Wanderung gehen können. Ähm, ansonsten werden wir heute noch den Wellnessbereich nutzen und ein bisschen saunieren gehen und den Pool genießen. Aber jetzt geht's erstmal raus in den Ort. Los geht's. Auf geht's zum Pool. Auf geht's zum Pool. Das nenne ich mal einen Pool mit richtig cooler Aussicht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020